Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir und heute mit mir! Hallo Lena! Und wir werden heute Dressur machen. Ja. Okay, fangen wir an? Ja! Meine geliebte Ecke! Ihre geliebte Ecke! Ist das meine richtige Ecke? Ja, die gegenüber von mir. Los, komm rein! Du musst ein Stück klatschen! Okay. Ähm... Hallo? Los! Hallo? Fang an! Fang an! Fang an! Was wollten wir denn nochmal machen? Ja, ähm, jetzt gleich einfach bis zur nächsten Ecke und dann dort in die Mitte. Okay. Weiß. Wieso bist du nur so schnell? Achso. Weil du die Ecke mal mitnimmst und ich kann die nicht mitnehmen. So. Und jetzt in die Mitte. Im Trab. Du darfst nicht langsamer werden. Ah, nicht so schnell! Ja, dann werde ich eben schneller. Komm zu mir. Ich bin doch schnell in der Ecke. Okay. Und jetzt den spanischen Schritt. Wieso stellst du dich immer gerade? Ich stell mich immer schreckt zu meiner anderen Ecke. Warum? Ja, weil ich zu meiner Ecke... Du machst es voll schief! Ja, weil ich zu meiner Ecke will! Willst du nicht zu deiner Ecke? Okay. Und jetzt gehen wir da einfach dahin, wo wir gerade hinwollten. Zur Ecke. Hey, nicht im Galopp, im Trab, du! Ich trabe doch! Okay. Und von der Ecke dann aus fangen wir an... Ja, ist gut okay, richtig. Richtig hier mit Tempo. Hä? Wir wollten doch gar nicht in so einem schnellen... Wir wollten doch leichten. Ja, aber jetzt habe ich mir das so anders überlegt. Okay. Ab hier dann im leichten Galopp in die Ecke. Hey, nicht mit! Was machen wir denn hier? Ja, die hat ja nur ein bisschen verändert. So. In die Mitte. Und drehen! So, was war jetzt? Ach, Kreis, 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 Kreis. Du hast doch gerade gesagt, drehen! Ja, das bedeutet bei mir Kreis. Okay. Oh mein Gott! Und jetzt weiter, weiter, geradeaus. Wieso geradeaus? Achso, ja, stimmt. Wusste ich. Okay, und jetzt in die andere Richtung. Also nach rechts. Im Angaloppieren. Angaloppieren. Ich galoppiere! Du musst nicht die Ecke mitnehmen. Und jetzt in der nächsten Ecke. In der nächsten Ecke. In der nächsten Ecke. Ja, in der nächsten Ecke. Ich müsste wieder zum Mittel. Okay. Juhu, zum Mittel. Wieder am Angaloppieren. Jippie, okay. Ich galoppiere doch! Siehst du, guck? Ja, aber vielleicht bin ich anders gesagt. Du bist weg und nun Angaloppieren. Und jetzt ist das falsch. Okay, dreht, dreht, dreht. Ah, was machen wir? Und jetzt, ähm, war das... ... ... ... Okay, Leute. Nein, wir machen das nochmal. Das ist nicht gut geworden. Nochmal. Stopp das Video doch. Nein, wir stoppen das nicht. Wir machen das jetzt nochmal. Okay, dann ist das Video ein bisschen länger. Ah, wo ist meine Ecke? Ecke, wo bist du? Wupp! Ich bin fast dagegen gerannt. Oh nein, die Charlie ist ausgelockt. Was? Ich hab keine Ahnung, wer das war. Ja, bei mir hat sich auch gerade eine Charlie ausgelockt. Die machen mich doch bei dir. Okay. Komm, das ist unser Neuanfang. Über den Trab. Yippieyay. Yay. Und am nächsten, an der nächsten Ecke dann in die Mitte. Juhu. So, und jetzt in die Mitte. Irgendwo geht das mit Musik besser. Braucht man mehr Musik? Nö. Okay. Doch. Mann, was denn jetzt? Ja. Dann lass uns die nochmal machen. Boah. Zurück für dich. Wie die Anfang. Ecke. Wuhu. Ich drehe gerade voll ruhig. Ich merk schon. Ich hab's kaputt gemacht. Für alle die Kopfhörer. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Okay, alle Kopfhörer ab. Am besten. Ja. Ich bin nicht. Ich stehe in die falsche Richtung. Ich muss mich wenden. Wende. Wende. Obwohl wir spielen einfach Musik drauf, ja? Ja, das ist doch gleich. Okay, Leute, dann fangen wir jetzt mal richtig an. Also diesmal wird's auch was. Trag. Ja. Ah, ne neue Nachricht. Egal, egal. Dann ändern wir das jetzt einfach. Männer ändern wir irgendwas. Ich will einfach auf mein Kommando alles machen. Okay. Und stehen bleiben. Stehen bleiben. Und spanischer Schritt. Und spanischer Schritt. Wir sind jetzt ab in die Ecke. Im Trag. Hallo. Im Trag. Wir können in der nächsten Ecke nach rechts, also sozusagen weitermachen. in der nächsten Ecke. In der rechte Richtung. Okay, und jetzt ist ein Vollgalopp. Wieso ein Vollgalopp? Was änderst du hier? Na, das was wir gerade vergessen haben. Ja, das haben wir gar nicht vergessen. Natürlich. Nein. Das haben wir gar nicht gemacht. Ich renne da einfach halt daher. Okay. Bei der Ecke jetzt hier... Bin ich zu... Ey, ich... Das war falsch. Komm, wir hören jetzt nochmal deine komische Sprachaufnahme. Ah. Okay, Leute. Wir haben uns jetzt unsere komische Sprachaufnahme an. Wenn ihr jetzt... Falls ihr jetzt noch nicht weggeschaltet habt. Jetzt wird es besser. Hoffentlich. Okay, guck mal hier. Ich bin vorbeigerannt. Und mir wird das hier nur ein Fail. Ja, warum bitte? Das hat mir auch gefallen. Du musst... Deine weggehen. Okay, Leute. Ich hab das nämlich aufgenommen. Weil wir so schlau sind. Den Hintergrund hatte ich auch mal. Okay. So, dann gehen wir jetzt mal hier wieder zu Sprachmemos. Ist das mit deinem Handy oder gemacht? Die ist... Die ist kaputt gegangen. So, dann hören wir uns das jetzt mal an den ganzen Schrott hier. Mach schön mal. Also, wir starten in der... Äh, äh, an den entgegengesetzten Ecken. Und laufen dann im Trab los. Okay. So, sodass wir parallel zueinander sozusagen laufen. Tut mir zwar nicht immer egal. Dann, ähm... Bei der nächsten Ecke fangen wir dann an zu... Fangen wir dann an an zu galoppieren. Okay. Angaloppieren. Ist nicht so schnell wie ich... Okay. So. Bin ich jetzt angaloppiert? Weiter. Bei der nächsten Ecke... Gehen wir dann in die Mitte. So. In die Mitte. Stellen wir uns dann so parallel... Also, gegen... Übergesetzt, dass wir in die eine Richtung gucken. Ich in die andere hin. Und machen den spanischen Schritt. Okay. Ja, jetzt ist es vorbei. Und jetzt gehen wir wieder... Geradeaus einfach. Im Trab... Ja, im Trab war das. Und in die andere Richtung weiter. Das wäre jetzt hier nach rechts. 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 Ja. Weiter am Trab. Und dann galoppieren wir bei der nächsten Ecke, die danach... Ja, an. Genau. Galoppieren. Ich fang schon an. Ähm... Ey, du musst dich zu schnell fahren. Ja. Genau. Nicht so schnell wie ich bin. Galoppieren. Nein, doch lieber schneller. So. Nein. Ich mach's doch. Genau. Wenn wir dann wieder in der anderen Ecke sind... Ach so. Schnell für mich. Dann, ähm, gehen wir in den Trab wieder in die Mitte. So. Wir kommen jetzt aufeinander zu. Ja. Du bist aber jetzt... Und drehen uns dann so im Kreis, sozusagen. So. Nein. Ach so. Wie viel Kreis hier. Das ist wirklich Kreis. Das wipps. Besser ist das vor. Ja. Vorwappen ineinander. Genau. Dann gehen wir wieder in die... Ecken. Also... Bei ihr ist jetzt der Eingang. Und bei ihr, die entgegengesetzt sind. Was? Wenn wir treten können, wenn wir schon wieder vorwarnen. Meine Ecke. Dann gehen wir wieder hin. Ähm. Oh Gott. Und bei der Ecke angekommen, gehen wir dann einfach wieder im leichten Galopp... Äh, im ganzen Galopp. Also im vollen, schnellen Galopp. Dann gehen wir dann weiter. Bis zur übernächsten Ecke. Also jetzt nicht bis zur nächsten, sondern bis zur übernächsten. Okay. Du hast jetzt noch einen leichten Galopp. So schnell. Okay. Von dort aus machen wir dann... Gehen wir dann im leichten Galopp in die Mitte. Stellen es dann so nebeneinander. Diesmal, dass wir beide in die selbe Richtung gucken. Und dann in die andere Richtung. Ja. Und dann steigen wir. Genau. Das war's dann. Ja. Das war unsere... Ja. Wunder. Leute. Ich hoffe, ihr habt noch nicht weggeschaltet. Naja. Wenn ihr jetzt noch da seid, habt ihr noch nicht weggeschaltet. Danke fürs Zuschauen. Okay. Den Rest sagt sie dann. Ähm. Ja. Was soll ich denn da sagen? Du sagst jetzt einfach tschüss und... Ich hab gestiegen. Leute. Sorry. Ich hab gestiegen. Ich hab gestiegen. Okay. Vielleicht kommen jetzt ein paar mehr Videos mit mir. Oh. Das wär toll. Okay. Ja. Ihr kennt mich alle noch nicht. Falls ihr jetzt denkt irgendwie... Ich bin eine von den anderen beiden. Nein. Ich bin eine neue. Genau. Sie haben eigentlich einen Namen. Ja. Das kann ich auch. So. Okay. Dann mach ich jetzt eben das. Tschüss. Tschüss Leute. Und ja. Viel Spaß beim äh... äh... Weiter gucken. Was laber ich da? Dieputze werden ansehen. Wir tiden Mag не ansehen. Ich bin